Das Dashboard in Garmin Connect ist deine Startseite und gleichzeitig dein Cockpit zum steuern und verwalten deiner Daten. Garmin bietet dir in Garmin Connect volle Kontrolle über die Art und Anordnung dieser Daten. Deshalb will ich dir heute zeigen, wie du dir ein oder mehrere eigene Dashboards in Garmin Connect anlegst, um immer schnellen Zugriff auf deine Infos zu haben. Hallo, ich bin Thomas und in meinem Kanal Herzer Bergwald dreht sich sehr viel um Navigation und Tracking mit elektronischen Hilfsmitteln. Garmin bietet neben Outdoor-Geräten wie Uhren, Navis und Fahrradcomputer auch die passende Software für die Verwaltung und Anzeige deiner Daten an. Meine Tutorial-Serie soll dir helfen, diese Produkte zu verstehen und umfänglich anwenden zu können. Ich veröffentliche regelmäßig neue Anleitungen rund um das Thema Outdoor-Navigation. Informationen dazu findest du auch im Community-Tab meines Kanals und auf der Facebook-Seite harzer-bergwald.de. Den Link für technische Hilfe auf Facebook setze ich unten in die Videobeschreibung. Die Startseite von Garmin Connect empfängt dich mit einem Standard-Dashboard. Ein Dashboard kannst du mit einer Instrumententafel in einem Auto oder Flugzeug vergleichen. Betrittst du zum ersten Mal die Startseite von Garmin Connect kann es schnell passieren, dass du dich von den Anzeigen in deinem Kontrollcenter überfordert fühlst. Dies zu ändern ist das Ziel dieses Tutorials. Ich möchte dir Wege aufzeigen, wie du dir verschiedene Dashboards ganz nach deinen Bedürfnissen anlegst und diese mit wenigen Mausklicks aufrufen kannst. Am Ende bist du das Fliegerass, das neben seiner Fitness auch sein Cockpit beherrscht. Für dieses Tutorial benötigst du einen Garmin Connect Account. Wie du dich bei Garmin Connect anmeldest, habe ich dir im Video oben rechts gezeigt. Wird dort nichts eingeblendet, findest du den Video-Hinweis in der Beschreibung unter diesem Video. Außerdem kannst du Geräte mit deinem Garmin Connect Account verbinden, auf die wir später zugreifen wollen. Wie das geht, habe ich dir ebenfalls im vorher genannten Tutorial erklärt. Wenn du über Connect Mobile-fähige Geräte verfügst, was die meisten Garmin Watches, Bänder und Fahrradcomputer sind, kannst du diese zur Anzeige der Daten mit Connect Mobile synchronisieren. Dazu eignen sich auch viele Geräte der GPS-Map-Serie und die Origons. Ich stelle dir unter das Video einen Link von Garmin bereit, wo Connect Mobile-fähige Geräte gelistet sind. Außerdem habe ich dir wieder auf Amazon eine Liste mit einer Auswahl an Garmin-Geräten zusammengestellt, die Connect Mobile-fähig sind. Hast du alles bereit? Dann lass uns in dein Garmin-Dashboard einsteigen. Beim Login auf deine Garmin Connect Startseite empfängt dich sofort dein Dashboard, das du dir bei der Erstanmeldung ausgewählt hast. Das können eines oder mehrere sein. Garmin bietet einige Standard-Dashboards dazu an. Je nach Thema hat dir Garmin eine Reihe von Widgets angeordnet, die dir Informationen aus deinem Garmin Connect Profil liefern. Die Anzeigen jedes Widgets kannst du über das Zahnrad in der rechten oberen Ecke des Widgets anpassen bzw. ändern. Du kannst zur Seite der angezeigten Info springen oder das Widget aus diesem Dashboard löschen. Angezeigte Informationen löscht du dadurch nicht. Du kannst auch die Anordnung der Widgets ändern und weitere hinzufügen. Über das Plus-Symbol neben bzw. unter den angezeigten Widgets kannst du deinen Dashboards weitere Anzeigen hinzufügen. Wähle die gewünschte Information in der Liste links aus und konfiguriere das Widget danach. Du kannst ein Widget auch mehrfach anlegen. Das kann Sinn machen, wenn dein Widget verschiedene Daten anzeigt, die über die Konfiguration des Widgets auswählbar sind. Die Position jedes Widgets ist ganz einfach veränderbar. Fahre dazu mit der Maus in den Kopfbereich des Widgets. Der Mauszeiger ändert sich entweder zu einem Zeigefinger. Dies passiert, wenn er über einem Text steht oder zu einer Hand. Wenn du die Hand siehst, klicke und halte links. Ziehe das Widget an die gewünschte Stelle in deinem Dashboard und lasse links los. So kannst du die Anordnung der Widgets in deinem Dashboard ändern. Änderungen werden sofort übernommen. Wenn du mit dem Zeigefinger auf die Kopfzeile gehst und klickst, öffnet sich die Seite der angezeigten Informationen und Daten. Fassen wir noch einmal das Gelernte über die Dashboards zusammen. Die Anzeigen, sogenannte Widgets, lassen sich über das Zahnrad konfigurieren oder entfernen. Neue Widgets fügst du über den Plus-Button hinzu. Mit der Hand ordnest du Widgets neu und mit dem Zeigefinger gelangst du zur Seite der angezeigten Info. Um dir ein oder mehrere Dashboards anzulegen, kannst du entweder die bereits vorhandenen neu gestalten und auf Wunsch umbenennen. Den neuen Namen vergibst du über das Stiftsymbol in der Dashboard-Liste. Du kannst auch Standard-Dashboards löschen und dein eigenes von Grund auf neu gestalten. Aktive Dashboards löscht du über das Papierkorbsymbol in der Dashboard-Leiste. Insgesamt kannst du dir fünf Dashboards ganz nach deinen Wünschen gestalten. Zur besseren Veranschaulichung zeige ich dir hier einmal von mir erstellte Dashboards. Das erste Dashboard habe ich Geräte genannt. Von hier aus habe ich schnell und einfach Zugriff auf meine Garmin-Geräte. Um Geräte Einstellungen vorzunehmen, müssen diese beispielsweise via USB oder über Garmin Connect Mobile verbunden und synchronisiert sein. Wie du Garmin Connect Mobile einrichtest und nutzt, zeige ich dir im Video oben rechts, welches du auch unter diesem Video in der Beschreibung findest. Ein weiteres Dashboard habe ich Ausrüstung genannt. Hier sammle ich meine Ausrüstungsgegenstände, um schnellen Zugriff auf diese Informationen zu haben. Wenn du deine Dashboards nicht dafür nutzen willst, findest du die Info in ähnlicher Form im Menü links. Das Dashboard Wandern wird vermutlich die Art von Dashboard darstellen, wie man es bei vielen Nutzern antrifft. Hier habe ich für mich relevante Werte wie Gesundheits- und Leistungsdaten angezeigt. Kalender und Ziele sowie Geräte und Ausrüstung für diese Aktivität runden die Zusammenstellung dieses Dashboards ab. Richte dein Dashboard nach deinen Bedürfnissen ein. Eine weitere Möglichkeit der Nutzung eines Dashboards könnte eine Art Desktop sein. Stelle einfach die Anzeige in deinen Widgets auf Mini-Ansicht und nutze die Widgets wie deine Desktop-Icons auf dem Rechner, um direkt ins Widget-Thema zu gelangen. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Füge neue Dashboards hinzu oder ändere vorgegebene. Ändere den Namen über den Stift oder lösche über den Papierkorb. Das Limit liegt bei 5 Dashboards. Wenn du mal in die Bedienung von Garmin Basecamp hineinschnuppern möchtest, ist die Playlist oben links genau richtig für dich. Unten links erkläre ich dir die Navi-App Komoot Schritt für Schritt. Ich freue mich auf deine Fragen und Kritiken genauso wie über deinen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal.